Ein herzliches Willkommen hier mal wieder aus dem Schlosspark in Lauchemer West, speziell hier aus dem Tiergehege. Die vorletzte Jahreszeit ist angebrochen, die Herbstzeit, die Blätter fallen und damit auch die Früchte, nämlich die Eichel und Kastanien, die wir für unsere Tiere für die Winterfütterung benötigen. Und ich möchte Sie an dieser Stelle herzlich einladen zu unserer diesjährigen Eichel- und Kastanienannahme. Diese wird in diesem Jahr am 2. November von 13 bis 17 Uhr direkt hier im Tiergehege stattfinden. Wir kaufen dann hier Ihre handverlesenen, trockenen und schimmelfreien Eichel und Kastanien an. Wir bezahlen Ihnen für das Kilogramm Eicheln 20 Cent und für das Kilogramm Kastanien 10 Cent. Ganz wichtig noch, pro anliefernde Person können wir maximal 50 Kilogramm Früchte annehmen. Das ist platzbedingt nur bei uns möglich. Parallel zu unserer Eichel- und Kastanienannahme wird auch wieder das beliebte Drachenfest hier im Schlosspark stattfinden. Ebenfalls am 2. November von 10 bis 17 Uhr. Bereits ab 10 Uhr wird es Herzhaftes aus der Gulaschkanone geben und im Nachmittagsbereich Kaffee und Kuchen. Ich lade Sie also ein bei hoffentlich windigem Wetter am 2. November hier in den Schlosspark nach Lauchmar-West. Kastanienannahme